So, das ist unsere zweite Folge von diesem Podcast. Super interessant, wie es angekommen ist. Ja, auf jeden Fall. Hast du eine Rückmeldung bekommen? Oh, sehr viele. Die haben dich endlich gesehen. Und was haben die Leute gesagt? Oh, Verschiedenes. Ich meine, so die enger mit uns laufen, die kennen uns ja. Aber, ja, ich glaube, die Leute haben ein bisschen was anderes erwartet vielleicht. Ich weiß nicht, wenn man über die Jahre immer wieder einen Namen hört, dann hat man ja irgendwie ein Bild. Und ich glaube, das Bild war ein bisschen anders. Jemand hatte mir gestern gesagt, gestern hatten wir einen Gottesdienst hier bei uns. Und er sagt zu mir, ich habe mir den vorgestellt. Der hat weiße Haare, dieser Frederik. Weil ich den so oft erwähnt habe, in den ganzen Jahren. Ich meine, schon seit 2018 öfters. Und der muss wohl weiße Haare haben und müssen etwas älter sein. Und er hat mich gleich gefragt, ja, wie alt ist er denn? Was denkst du? Ja, keine Ahnung, so 25 oder 23. Ich weiß nicht, gar nicht genau, was er gesagt hat. Meine beste Schätzung war 21. Hast du jemand wirklich gesagt? Tatsächlich, ja. Und ich glaube, an dieser Stelle würde ich einfach mal aufklären, wenn du nichts dagegen hast. Du bist 30. 30, tatsächlich, ja. Sieht man mir nicht so ganz an. Ich glaube, das ist für die Zukunft, so wurde mir gesagt, für die Zukunft ist es sehr gut. Okay, 30 Jahre alt und genau, von daher können wir, glaube ich, weiterreden. Verheiratet, zwei Kinder, also ich habe schon ein bisschen mehr hinter mir, als man mir vielleicht anfängt. Genau, und gestern warst du im Worship-Team. Hast du auch noch nicht so oft gemacht. Ja, ja, bis jetzt war es ja wirklich so, ich hatte meine Aufgabe immer im Background, schon viele, viele Jahre. Und bis das Technik-Team dann aufgebaut war, das hat doch ein bisschen gedauert. Und wir arbeiten ja sehr stark nach dem Prinzip, okay, jemand soll erst wirklich, ich will nicht sagen bewähren, aber wenn man die neuen Leute sofort nach vorne zieht, das ist einfach, das kann einen erschlagen. Und wenn man sie nach hinten zieht, in die Technik, das kann einen noch mehr erschlagen. Und deswegen war ich da sehr vorsichtig. Aber jetzt haben wir ein tolles Technik-Team, wirklich, also die Kameraleute, die hinterm Mischpult, also wirklich ein tolles, eingespieltes Team. Genau, und so langsam kann ich mich da ein bisschen rausziehen, was mich sehr freut. Bist du ja auch sehr musikalisch. Ich hatte jetzt die Frage gehabt ein paar Mal, warum schneidet ihr das da immer raus, aus dem Live? Ja, da gibt es sowas wie Rechte, Lizenzen und theoretisch covern darf man. Aber es gibt dann immer einen Urheberrechtsvermerk und theoretisch könnte jemand das sperren lassen. Das wird nicht gemacht, bei Cover-Versionen sowieso nicht. Aber manchmal sieht YouTube das als, nicht als Cover-Version, sogar als Original. Ich glaube, das ist dann ein Kompliment für uns, ich weiß es nicht. Oder weil die Software dahinter so schlecht ist, ich weiß nicht. Und da wollen wir auf kein Risiko eingehen, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, für gewöhnlich schaut man sich in der Worship ja nicht dann nochmal an. Es geht ja eigentlich um die Predigt. Worship ist Teil der Anbetung und wenn man dann das so nicht live miterlebt hat und man sich das nachschaut, ist man ja eher an der Predigt interessiert. So denken wir zumindest. Also gerade dieser Anfang, den wir jetzt mehr und mehr bei uns am Sonntag machen, ist ja wirklich am Beten. Das heißt, wir beten eigentlich die ganze Zeit an, während wir Worship machen. Das ist auch etwas, was wir ganz neu entdecken und lernen. Das Singen dazu ist ja einfach nur ein Weg, um den Leuten das zu öffnen, die reinzuführen. Viele kommen auch mit einer stressigen Woche hier hin und wollen so ein bisschen raus zum Alltag und wir wollen die Leute ja so ein bisschen da reinführen. Das ist einfach ein Hilfsmittel. Das ist ein Mittel zum Zweck. Genau, Mittel zum Zweck. Gestern habe ich gute Rückmeldung bekommen, was man jetzt über Video gar nicht so gesehen hat. So sehr, ich habe es mir nochmal angeguckt. Also die Atmosphäre hier drin war echt der Wahnsinn. Genau, das ist super schwer, das über Video zu transportieren. Da basteln wir noch viel, da werden wir noch sehr lange basteln. Also das ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Mega. So, jetzt hatten wir über den Namen gesprochen. Oh ja, das war ja kurz ein Thema beim letzten Mal. Wir hatten ja irgendwie keinen Namen für diesen Podcast, haben dann gesagt, Leute, schlagen mal ein paar Sachen vor, von allen Seiten kam irgendetwas. Wir hatten ja ein bisschen was, wir haben überlegt mit Christ Around oder Christ Beyond, irgendwas, aber irgendwie, wir wollten es allgemeiner halten und haben dann ja nach Namensvorschlägen gefragt und ich glaube ganz vorne war Holy Shift. Holy Shift, genau. Warum nehmen wir das dann nicht? Das ist jetzt wahrscheinlich die Frage. Ich würde sagen, es ist zu speziell und vor allem Nancy McCready, von der wir ja sehr viel lernen dürfen, die benutzt das immer und hat schon T-Shirts, hat daraus ihren Slogan gemacht. Ich glaube sogar eine Podcast-Folge oder so. Ja, eine ganze Serie, meine ich, genau. Und irgendwie passt es auch nicht so ganz. Holy Shift passte zum ersten Thema irgendwo. Aber ich glaube, das, was wir noch weiter planen, das wissen die Leute ja nicht, da passt es da nicht ganz. Genau. Ich hatte noch ein paar andere lustige Namen, warum nimmt man nicht einfach unsere persönlichen Namen, Vornamen? Jemand hat es vorgeschlagen. Wie war das nochmal? Freddy und der Schmiddy. Wie heißt das Schmiddy? Genau. Schmiddy, weil mein Nachname Schmidt ist und dein. Aber warum Freddy? Stimmt. Dein Vorname und mein Nachname. Ja, weiß ich nicht. Aber cool. Vor- und Nachname brauche ich, weiß es nicht. Finde ich super. Genau. Und sind dann, wahrscheinlich alle sehen jetzt schon auch im Titel. Genau. Wie sind wir da drauf gekommen? Wir sind eigentlich wieder zurückgegangen und haben gesagt, okay, was wollen wir eigentlich? Eigentlich wollen wir einfach nur reden. Genau. Und wir haben ja schon gesagt, wir wollen gerne ein bisschen kontrovers reden, ein bisschen versteckt, damit man hier nicht, wir wollen nicht die Türen einrennen, vernünftig, sag ich jetzt mal, drangehen und für gewöhnlich sind wir auch in erster Linie erstmal dagegen. Manchmal auch dafür und dann haben wir hin und her überlegt, okay, eigentlich wir haben hier eine Konversation, wir haben mal Contra, wir haben mal Pro und ja, das ist so kompliziert, das darfst du jetzt aussprechen. Jetzt darf ich das aussprechen. Und das Interessante ist, dass es Deutsch und Englisch gleich, man kann das beides Oh ja, war ja auch ein Punkt, ne? Das war auch ein sehr wichtiger Punkt, genau, weil Englisch, wir sind international, andersrum sind wir aber in Deutschland, sprechen Deutsch. Ja. So, wir könnten einen deutschen Namen nehmen und jetzt ist es irgendwie, ohne dass wir es gleich gesehen haben, dass es, man kann das in Deutsch aussprechen und in Englisch, Kontra-Proversation. Jetzt werden einige wahrscheinlich wieder sagen, warum ist das kompliziert? Aber wenn das irgendwann etabliert ist, dann spricht man das gerne aus, Kontra-Proversation. Kontra-Proversation. Genau, es ist irgendwie lustig, also ja, würde, glaube ich, ganz gut dazu passen, mal sehen. Genau. Vielleicht schmeißen wir es ja auch in fünf Minuten wieder über den Haufen. Ich hoffe nicht. Das ist jetzt ganz frisch der Gedanke, wir haben ein bisschen Brainstorming gemacht. Das ist ganz frisch. Und ja, wir machen es jetzt einfach mal, schauen wir mal. Ja. Okay, und was auch super, super interessant ist, wir hatten ja letztes Mal ein bisschen über die Genossenschaft gesprochen. Oh. Und eigentlich haben wir fast das Gefühl gehabt, oder wir waren ja fast so, dass wir sagten, heute sprechen wir nochmal über diese Genossenschaft. Ich glaube, man könnte darüber noch fünf weitere Male sprechen. Wahrscheinlich. So von der Anzahl der Rückmeldungen auf jeden Fall. Aber wir müssen es erstmal sacken lassen und wir müssen gucken, was ist überhaupt möglich. Also wir möchten, so haben wir es jetzt besprochen, erstmal so eine gewisse Richtung vorgeben, weil es sind ein paar Aspekte dazu gekommen. Die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Andere wohl haben das daraus gehört. Ist auch das Thema, okay, wie schafft man es gemeinsam zu wohnen, wie schafft man es zu kombinieren, dass werden Leute nicht dahin ziehen können und wie schafft man es Deutschland weiter. Es ist wesentlich komplexer, als wir dachten. Und wir wollen erstmal eine Richtung vorgeben, dass man in die richtige Richtung diskutieren kann. Wir wollen dann alle einladen, mal die, die Interesse haben, gemeinsam darüber sprechen. Und deswegen vertagen wir das. Und ich dachte mir, vielleicht nehmen wir heute einfach mal ein komplett neues Thema. Was haben wir überlegt? Wir haben so viele Themen, aber genau, dann sprechen wir beim nächsten Mal nochmal über die Genossenschaft oder wann auch immer die Zeit dafür ist. Genau, bezüglich Genossenschaft nochmal. Es ist tatsächlich so, wir haben ja die Entscheidung getroffen, eine Genossenschaft zu machen. Genau, das werden wir machen. Auf jeden Fall. Das ist schon mal klar. Und die Rückmeldung, die sich gemeldet haben, unter dem Link und dann aufgeschrieben, ob sie dabei wären, mit wie viel Geld und so weiter, ist wirklich viel, also sehr, wie soll ich das sagen? Ich war ein bisschen überrascht, positiv. Ich habe es erwartet, aber ich war trotzdem positiv überrascht. Und ich würde den Link einfach, glaube ich, wir packen den nochmal hier drunter. Ja, können wir machen, ja. Dann kann jeder nochmal sagen, okay, ich wäre auch, dass es ja nichts Verbindliches ist, aber ich wäre auch dabei, damit wir wissen, auch wen wir einladen. Und diese Einladung, da haben wir ja überlegt, dass wir hier vor Ort das machen, aber auch, ja, Zoom können die Leute dazukommen und dann auch mal insgesamt sprechen, vielleicht das erste Projekt vorstellen, vielleicht machen wir einen Podcast. Also wir arbeiten, im Hintergrund arbeiten wir hier. Oh ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das wichtigste Feld an diesem Formular ist eigentlich, was hast du noch für Ideen? Also da haben Leute ellenlange Texte geschrieben und es ist super spannend, das zu lesen. Ja, bin sehr gespannt, was noch kommt. Genau. Gebäudetechnisch, das wird wahrscheinlich das erste Projekt sein, das ist ja sowieso sehr notwendig, sehr wagt. Aber wir gucken dann einfach, was kommt. Also, so wissen die Leute zumindestens, wir werden das nochmal aufgreifen. Genau, wir sind dran. Wir sind dran. Genau, genau so. Ich habe aber viel überlegt, worüber könnte man jetzt sprechen. Und, okay, stimmt nicht, ich habe gar nicht so viel überlegt. Ich habe nämlich was aufgefasst. Du warst im Gespräch und ich bin, wie so immer, kurz vorbeigelaufen und habe da was aufgeschnappt. Am Sonntag haben Sie irgendwas? Ich glaube, es war schon vor zwei Wochen, aber nee, es ist ja auch egal. Ich habe es, es ist sehr, vielleicht für die Zuschauer und die jetzt auch hören, es ist ja so, dass wir am Sonntag kommen hier Leute hin. Genau, genau. Und die kommen von überall und dann ist ja, nach dem Gottesdienst ist ja hier, reden wir die ganze Zeit. Genau, genau, viele, viele Gespräche und da schnappt man viel auf. Und da war eine Sache relativ besonders. Habe ich so noch nicht gehört, aber es betrifft uns irgendwo. Und zwar, wir bieten ja sehr viel Dämonen-Seminare an, sehr viel Befreiungsdienst. Ich glaube, also ich kann nicht mehr zählen, wie viele Dämonen hier schon rennen mussten, will ich sagen. Und da kam die Aussage, wir sind ja im Neuen, also wir leben nach dem vollbrachten Werk des Kreuzes. Wir müssen ja nicht mehr Dämonen austreiben. Das wäre gar nicht mehr notwendig. Was sagst du dazu? Ich habe auch kurz ein bisschen geschluckt, gesagt, okay, wie kommst du da drauf und so weiter. Und das ist interessant, wie Leute manchmal die Erfahrung nehmen, die sie dann erlebt haben und daraus quasi eine Sache bilden und sagen, das brauchen wir gar nicht mehr. So, hier muss man natürlich jetzt unterscheiden. Ich meine, erstmal, ich schreibe gerade ein Buch über Dämonen austreiben. Bin jetzt bei dem, immer noch beim zehnten Kapitel. Ich hoffe, es geht jetzt schnell weiter, weil wir hatten erstmal alle anderen Sachen dazwischen. Aber da kommen so viele Sachen zusammen, was mir auffällt. Aber was viele nicht wissen ist, das ist ja ganz klar, dass Dämonen noch da sind, aktiv sind. Sie sind alle besiegt, aber sie sind da. Sie sind besonders in Nichtgläubigen. So, und jetzt haben wir natürlich einen Bibelferst, der sagt, wem der Sohn frei macht, der ist recht frei. Und hieraus kann man halt natürlich auch hören und sehr, sehr viele Gemeinden und Kirchenpersonen sagen, wem der Sohn frei macht, der ist recht frei. Das heißt, da kann kein Dämonen mehr drin sein. Da ist die Frage, warum erleben wir was anderes? Und sind das dann keine wahren Christen? Oder bilden die sich das vielleicht nur ein? So, kann das sein? Das könnte man jetzt natürlich so daraus nehmen und sagen. Und wir haben natürlich über viele, viele Jahre ja auch sehr interessante Erfahrungen gemacht. Ich war ganz, ganz früher, war ich auch der Meinung, dass ein Christ niemals Dämonen haben könnte. Wie denn? Bis ich dann lernen durfte, dass es Geist, Seele und Körper gibt. Darüber habe ich schon so oft gesprochen, besonders in unseren Schulen und hier und da mal, gestern sogar in der Predigt ein bisschen. Das heißt, du hast Geist, Seele und Körper und im Geist wirst du wiederhergestellt. Da gibt es keinen Dämonen mehr. Wem der Sohn frei macht, der ist recht frei. Es gibt keinen Dämonen mehr. Ganz genau. So, aber viele Krankheiten sind ja Dämonen. Dämonische Natur. Im Seelenbereich können Aufgebaute, keine Ahnung was sein. Und da sind Dämonen. So, was haben wir festgestellt? Das erste Mal habe ich einen Schock meines Lebens gekriegt. Ich bete für einen Christen. Einfach, ich bete nochmal für einen Christen. Ohne jetzt was zu erwarten. Ohne was zu erwarten. Und da meldet sich ein Dämon. Ich so, Moment mal, ist er gar nicht Christ oder was geht jetzt ab? Ich war total irritiert. Dann habe ich das angefangen, nicht nur einmal zu erleben. Das ist schon viele, viele Jahre her. Immer mehr, immer mehr. Das gibt es doch nicht. Und da musste ich selber erstmal schauen, wie kann das sein? Und dann, das Krasse, was ich erlebt habe, selber. 2012. Ich war, ich war Jugendpastor. Ich habe alles und ich war, ich war gläubig. Und ich habe Christus angenommen gehabt. Mein Name steht im Lebensbuch, ganz klar. Und dann habe ich gemerkt, dass ich drei Dämonen in mir hatte. Und die sind auch gegangen. Die aber machtlos waren, aber du hast gemerkt, da ist noch was. Oder hast du gemerkt, da ist irgendwas, was dich steuert? Oder war das einfach nur am Schlummern? Das war, das war am Schlummern. Aber es war irgendetwas, was mich getriggert hat, wo ich sagte, das kann nicht sein. Ich kann zwar immer entscheiden, egal wie viele Dämonen du hast, du kannst immer noch klar entscheiden. Das wissen viele Christen nicht. Ich konnte immer noch klar entscheiden. Aber es war irgendwas, irgendwas hat mich da getriggert. Also es war, als würde mehr Kraft dahinter sein. Und dann eines Tages habe ich die Schnauze voll gehabt, im wahrsten Sinne des Wortes, und habe gesagt, so, mir ist jetzt egal. Ich weiß, ich bin Kind Gottes, aber egal, wenn da Dämonen sind, müssen die gehen. Und diese drei Dämonen sind alle rausgefahren mit Würgen ohne Ende. Und das war danach anders. Und ist auch nicht wiedergekommen. Okay, jetzt ist jetzt die persönliche Erfahrung. Jetzt kann man die sammeln von vielen anderen. Dann, die Begründung, ich hoffe, ich habe es richtig aufgeschnappt. Wie gesagt, ich war nicht Teil des Gesprächs. Die Begründung war ja, dass es danach einfach, danach ging es den Leuten einfach nicht so gut. Oder ging es denen schlechter. Jetzt ist es ja so, wir treiben sehr viele Dämonen aus. Und wir machen die Erfahrung, den Leuten geht es fantastisch danach. Nicht alle. Das stimmt, natürlich. Das ist immer der Mehrheit. Genau, aber das ist ja jetzt, deswegen reden wir jetzt. Das ist ja das Interessante bei dieser Geschichte. Ich könnte jetzt, wenn ich nochmal meine Erfahrung nehme, könnte ich eine ganze Theologie über meine Erfahrung aufbauen. Das ist aber gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, was sagt das Wort Gottes. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, das war natürlich vor dem Kreuz, aber er sagte deutlich, geht hin, predigt das Evangelium. Also es ist niemals aufgehoben worden, auch nach dem Kreuz nicht. Heile die Kranken, ist nach dem Kreuz nicht aufgehoben worden. Und treibt Dämonen aus und weckt Tote aufs, nach dem Kreuz auch nicht aufgehoben worden. Das heißt, alles, was Jesus sagt. Und es wurde ja auch praktiziert. Auch nach dem Kreuz. Das wurde praktiziert. Erstmal vor dem Kreuz sehr viel. Und nach dem Kreuz Apostelgeschichte 10, Apostelgeschichte 16, Apostelgeschichte 19. Ich glaube, 10, 16, 19 auf jeden Fall. Da wird deutlich darüber gesprochen, wie sie Dämonen austrieben. So, das ist nicht aufgehoben worden. So, jetzt kann man natürlich, zu deiner Frage nochmal, kann man zurückgucken und sagen, okay, wer wurde bei uns über die Jahre, welche Dämonen wurden ausgetrieben und war es immer besser und war es immer schlechter? Nein, wir haben beide Erfahrungen gemacht. Aber die Mehrheit würde ich sagen, auf jeden Fall eine große, große Veränderung, die heute mit uns laufen, die dabei sind und sagen, alles ist anders geworden. Ja. Und das ist ein wesentlicher Punkt, das ist ein wesentlicher Punkt, Jüngerschaft. Ja. Das haben wir erkannt. Genau. Sehr deutlich. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt, ob Dämonenaustreibung von Dauer erfolgreich ist. 100 Prozent. Und ich bin ja über die Jahre mit dir zusammen, damals vor Christ Ministries, haben wir auch überall getauft, Dämonen ausgetrieben, all diese Sachen. Manchmal beides gleichzeitig. Manchmal beides gleichzeitig, bei der Taufe, genau. Und diese Leute konnte ich nicht jünger. Ich hatte nicht die Zeit, ich habe Vollzeitdienst gehabt, du auch. Wir konnten die Leute nur zu Jesus führen, wir konnten sie taufen, wir konnten die Dämonen austreiben und haben dann gesagt, jetzt musst du dir irgendeine Gemeinde suchen oder eine Gemeinschaft oder irgendetwas, wo du wachsen kannst. Mir war damals aber nicht bewusst, wie wichtig das ist. Und durch die Beobachtung, die wir hier gemacht haben, ist, Leute, die dann weitergehen, die lernen, eben damit umzugehen, weil nach dem Dämonenaustreiben ist oft das gleiche Gefühl noch. Das heißt, die Dämonen können ausfahren und die fahren aus und am nächsten Tag haben die immer noch das Gefühl, das sind die Festplatte, das ist eben damit gespeichert, das ist die Seele. Und die haben die Gefühle, als haben sie immer noch etwas drin. Wenn du aber in Jüngerschaft gehst, dann erklärst du, wer du in Christus bist. Und überschreibst. Und überschreibst und die Menschen lernen zu wachsen darin und merken, ah, ich bin jetzt wirklich hierin auch frei. Das ist ein großer Unterschied, aber wenn sie es nicht wissen, habe ich viele, viele Menschen gehabt, die dann später in der Zeit zurückkamen. Viele nicht, viele waren frei, andere kamen zurück und sagten, aber ich habe immer noch das Gleiche und kannst du schon wieder für mich beten. Und ich habe auch manchmal diese Irritation gehabt, Moment mal, ich habe dich doch befreit. Ja, aber das war, sie wussten nicht, wer sie in Christus waren. Und dazu kommt noch, dass zumindest die Erfahrung, das haben mir einige andere berichtet, ist, dass die Dämonen ja auch versuchen zurückzukommen. Das ist ja nochmal eine zusätzliche Gefahr, einmal zu den Gewohnheiten, die noch da sind. Bei einer Person, weiß ich, war die Gewohnheit noch ein Jahr lang da, bis es dann irgendwann wirklich durch viel Jüngerschaft irgendwann weggegangen ist. Also, aber definitiv kein Dämonen mehr. Und, aber, der Dämonen hat trotzdem versucht, immer wieder zurückzukommen, immer wieder... Angeklopft. Genau, angeklopft. Genau, genau so ist es. Wir haben aber auch Erfahrungen gemacht, die Leute gingen, die waren bei uns befreit, gingen sofort und sündigten weiter und haben gesagt, ja, danke, wir sind weiter in sexuelle Sünden reingegangen. Ganz deutlich, haben sie es auch später bekannt, kamen zwei Jahre später und waren genauso dämonisiert und schlimmer. Oh ja. So, wenn man jetzt darauf die Basis bilden würde... Dann würde ich auch nicht mehr austreiben. Ja, dann kann ich auch keine Dämonen mehr austreiben. Definitiv nicht. Aber es gibt noch einen anderen Punkt, der, glaube ich, erwähnungswert hier ist, ist, wenn, angenommen, wir würden jetzt keinen Dämonen austreiben bei jemanden, der dämonisch belastet ist. Ich meine, erstens haben wir das Wort, dass wir es machen sollen. Matthäus Seen heißt, treibt die Dämonen aus, umsonst habt ihr es bekommen, umsonst gibt es weiter. Äh, uns ist die Macht gegeben dafür. Aber, angenommen, jetzt diese Person kommt und sie ist voller Dämonen. Und ich würde, diese Person würde bei uns in die Jüngerschaft gehen oder irgendwo anders in die Jüngerschaft und tiefes Wort Gottes hören und vollgepumpt werden mit dem Wort Gottes, werden diese Dämonen, ohne dass du sie austreibst, teilweise ihre Sachen packen und gehen müssen. Weil das Wort Gottes, wenn das über die Festplatte überschrieben wird, reinkommt und da noch im Körper reinkommt, weil wenn es Krankheiten sind, deswegen das Wort Gottes heilt, bräuchtest du keinen Dämonen mehr austreiben. Wahrheit macht frei. Ja, genau. Wahrheit macht frei. So, wenn du jetzt darauf bestehen würdest, dann würde das tatsächlich gar nicht mehr notwendig sein. So, im Grunde genommen ist diese Aussage ja und nein. Genau. Es ist, so würde ich es auch beantworten tatsächlich, es ist beides richtig. Man kann sich selbst natürlich befreien durch einfach Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit. Selbst würde ich das nicht mal nennen, ich würde einfach sagen. Oder durch, ja, durch Hören, ich sage es mal, ohne dass man sagt, hier bete für mich, ich sage ja zu befreien. Sondern man hat einfach viel Input. Das kann durch Predigten sein, durch YouTube-Videos, durch selber lesen, selber die Bibel studieren. Ähm, aber gerade wenn jemand belastet ist, fällt ihm das ja viel, 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 viel schwerer, als wenn man jetzt sowieso frei ist und man sagt, ja, ich lese jeden Tag die Bibel. Es gibt Leute, die grauzförmlich davor, weil sie einfach so belastet sind. Das ist ja auch ein Fakt. Jetzt könnte man sagen, auch gerade wenn es, wenn die dann, wenn es ausgetrieben ist, ähm, wie, was würdest du sagen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, das ist aber voll unfair. Gott ist voll unfair. Warum lässt er bei mir das zu mit den Dämonen und, äh, und, und, äh, der andere hat das nicht. Ich muss mich jetzt ein Leben lang gegen diesen Dämonen wehren, der immer wieder zurückkommen will. Was würdest du dem antworten, wenn er sagt, okay, das, das, das ist nicht fair. Ich weiß, das ist eine harte Theorie, aber es ist schon mal vorgekommen. Ja, ich, ich, ich würde sagen, komm, komm einfach in meine Jüngerschaft, das ist alles, was ich sagen würde. Okay. Weil es gibt, das Ding ist, wenn du da anfängst, warum bei ihm, beim anderen nicht, ich lasse mir auf solche Diskussionen gar nicht ein, weil das, weil er hat ein ganz anderes Leben, er ist vielleicht aus der Generation geboren, wir haben ja viele Dämonen ausgetrieben, die sind beim Zeugen reingekommen. Oh ja, 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 ja. Bei der Geburt oder später durch sexuelle Söhne oder durch andere Söhne, was auch immer, wenn die Tür aufgeht, kommen die Dämonen rein. Nein. So, ich würde natürlich auch lieber, wenn ich jetzt an Andrew Wormick denke, er sagt, ich heile lieber Leute durch das Wort. Absolut. Ist auch super effizient, weil dann ist die Tür quasi schon wieder geschlossen. Er bringt die ein Jahr in seine Schule und er sagt, das Wort macht diese Leute heil und das passt wirklich. So, das würde ich auch lieber machen, einfach zu sagen, hey, dann kommt doch einfach in unsere Schulen, in unsere Jüngerschaftsschulen, was auch immer wir da anbieten, wir werden auch noch weitere Module anbieten. Definitiv, weil mir wäre klar, das ist das, was gebraucht wird. Was ich aber sagen kann, ist, nur einmal am Sonntag zum Gottesdienst kommen und einmal die Predigt hören, wird dich nicht freimachen. Weil da brauchst du wirklich eine Handauflegen, eine Befreiung und dann in die Jüngerschaft zu gehen. Weil, so wie du schon sagtest, es ist viel, viel einfacher und viel leichter, wenn die Dämonen raus sind. Aber wenn du dann sagst, oh, ich lebe mein Leben weiter, na klar, dann kann man die Theorie auf jeden Fall so bilden. Und vor allem, gerade wenn man, wenn man jetzt nochmal zurück zu diesem Selbstmitleid, sage ich jetzt mal, geht und sagt, Gott ist aber unfair. Da wolltest du hin, Selbstmitleid. Ja, ja, ja. Ja, verstanden, ja. Weil, der Fall kommt halt immer wieder. Man erklärt dann jemandem, okay, du bist jetzt befreit, jetzt musst du das und das und das machen. Man geht da rein und die Leute sagen, boah, das ist, weil das ist ja irgendwo eine Gewohnheit. Leute, die dämonisch belastet sind, haben oft, die Bahnen, unglaublichen Selbstmitleid. Ähm, was würdest du jemandem wirklich sagen, okay, der, 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 der Gott das vorwirft? Oh mein Gott. Aber wenn du dieses Thema einmal anfängst, da glaube ich, können wir gar nicht mehr aufhören. Oh ja. Was ich gemerkt habe ist, und das ist ja auch eine Art dämonische Belastung, sobald die Leute wollen, so in Selbstmitleid waren. Das ist ja diese, diese Natur von Adam, die da drin ist. Und was ich festgestellt habe, ist, manche Leute wollen frei werden, wollen aber nicht frei sein. Das ist auch super angenehm, muss man dazu sagen. Natürlich ist das angenehm. Selbstmitleid ist super angenehm. Man kriegt so viel Aufmerksamkeit, die Leute sprechen einem zu und so weiter. Ich wäre aber noch zu einem weiteren Punkt. Ich würde einfach mal die These in den Raum stellen. Ich nenne es mal bewusst so. Gott hat damit einfach nichts zu tun. Er hat damit nichts zu tun. Also so antworte ich zumindest immer. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, das und das, guck mal, wie einfach der andere das hat. Und guck mein Leid an, sage ich jetzt mal. Und den Leuten das zu verklickern, das ist unglaublich schwer. Das ist wirklich, glaube ich, das ist auch irgendwo ein Schlüssel, der dafür sorgt, dass Leute dahin wieder zurückfallen. machen dann die Tür wieder auf und dann kommen sie wieder in dieses Hamsterrad rein. Und wenn sie einmal wieder zurück in dieses Hamsterrad gehen, mit den dämonischen Belastungen, mit den alten Angewohnheiten, dann wird es schlimmer. Ja, definitiv. Auf jeden Fall dieses, Gott nicht verurteilen, oder wie nennt man das? Gott gegenüber sagen, ach, wegen Gott, warum ist Gott so unfair? So hast du es gesagt. Warum ist Gott so unfair? Und das ist genau das Richtige. Gott hat damit nichts zu tun. Das ist ja mit sehr vielen Sachen so. Es ist ja nicht nur Dämonenaustreibung. Aber ich sage mal, hier ist es besonders kritisch oder besonders arglistig der Person gegenüber, weil es ihr besonders schadet. Aber dieses, okay, Gott für etwas blamen, sage ich jetzt mal. Schuldig machen. Ich komme auch nicht auf das Wort dran. Genau. Schuldzuweisung an Gott, das passiert ja oft. So, warum gibt es Kriege? Warum sterben Kinder? Warum gibt es böse Menschen? Das ist ja ein Punkt. Aber gerade wenn jemand es auf sich selbst bezieht, im Mitleid, gerade frisch von Dämonen befreit, boah, da braucht es, da muss man arbeiten dran. Absolut, genauso mit Krankheiten. Aber Krankheiten sind ja sehr verbunden mit Dämonenverlastung. Es ist so, Leute werden geheilt, aber irgendwie war das so angenehm, in diesem Mitleid oft zu sein. Oh, du Armer und dies und das. Sie fallen wieder da rein. Wie oft haben wir das gesehen? Und kommen in dieses Selbstmitleid. Deswegen ist Jüngerschaft so wichtig, zu sagen, hey, komm endlich aus dieses Bad des Mitleids raus. Weil, das wird dich nicht weiterbringen und das kannst du nicht in einer Predigt bringen, aber in einer Jüngerschaft kannst du sagen, so komm, ich helfe dir da jetzt raus, lese dieses Buch, jetzt machen wir es gemeinsam durch, jetzt gehen wir hier rein, jetzt gehen wir da rein. Das Wort Gottes rein, damit eben das klar wird. Aber was ich jetzt nochmal, wenn wir nochmal ganz kurz zurückgehen, ganz, ganz, ganz kurz zurück zu der Anfangssache. Ich habe jetzt schlechte Erfahrungen gemacht, die meisten, für die ich gebetet habe, sind dämonisch befreit gewesen, aber es hat nichts gebracht, sind heute wieder genauso. Diese Aussage finde ich jetzt schon krass, weil das, auf der einen Seite würde ich sagen, das passt, weil wenn du die Leute nicht weiter betreuen kannst. Dann lass es ja. Jetzt überleg mal, ich stelle einfach mal was aus, das ist eine Gemeinde, wie immer die sich nennt, und die sagt, erstens, wir glauben nicht an Dämonen, also wir glauben nicht, dass Dämonen heute noch aktiv sind, wir glauben auch nicht mal, dass ein Christ dämonisch belastet sein kann. Dieser Mensch geht zu dieser Kirche, kommt aber zu uns, was ja manchmal passiert, manchmal kommen Leute zu uns. Immer mal wieder. Immer mal wieder. Und sie wollen nicht öffentlich, aber sie kommen zu uns und sagen, ich weiß, ich muss Befreiung brauchen, das sind Pastoren, und das finde ich auch in Ordnung, deswegen machen wir es auch nicht öffentlich, in dem Fall. Gehen wieder zurück. Und in dieser Gemeinde wird diese Jüngerschaft nicht weitergeführt, sie hören nicht die Wahrheit über diese ganze Sache. Was wird passieren? Es kann nur schlimmer werden. Es ist selbstverständlich, dass es nicht besser werden kann. Deswegen ist hier auch an dieser Stelle, glaube ich mal, wichtig zu sagen, hier musst du radikale Schritte gehen. Absolut, absolut. Ich sage niemals zu jemandem, du musst die Gemeinde verlassen. Du kannst ja auch in der Gemeinde weiterbleiben, was schwierig sein wird, aber. Nimm Jüngerschaft an. Das müssen nicht wir machen, das können andere machen, aber du musst die Wahrheit hören. Absolut. Ich meine, wir sind ja so, wir empfehlen niemandem irgendwann mal jemals die Gemeinde zu verlassen. Wir haben super viele, ich glaube, wir sind generell sehr bekannt dafür, auch in unserer Gemeinde, dass wir nirgendwo abwerben und dass wir viele Connections in andere Gemeinden haben. Wir haben ja auch viele Pastoren, die hier zu unseren Schulen kommen und so weiter. Aber ich sage mal, in dem Moment, wo eine Gemeinde nicht an die Kraft von Dämonen glaubt und dann erlebt jemand Befreiung gerade davon, das kann man ja gar nicht mehr damit vereinbaren, weil man weiß, dass es anders ist. Man weiß, dass die Gemeinde in diesem Moment dort falsch liegt. Und das ist ein, ja, es ist schon ein sehr essentieller Punkt, würde ich sagen, weil Befreiungsdienst, weil das ist einer der Aufträge, Heilung, Jüngerschaft ist einer der Hauptaufträge für Christen, würde ich jetzt mal sagen. Und ich hätte früher niemals gedacht, wie wichtig das ist. So, ich würde heute lieber jemanden befreien von allen Dämonen und ihn dann komplett durch die Schule bringen, anstatt dass ich Tausende befreie oder Hunderte und ich kann sie aber trotzdem nicht weiterführen. Was bringt es denn? So, deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, eben auch ein Module zu haben, wo Leute reinkommen können, um eben in diese Jüngerschaft zu kommen, damit sie wissen, wer sie sind, damit sie wissen, dass das Wort Gottes kraftvoll ist, dass sie wissen selber, wie sie dagegen angehen können. Aber es ist schon alles vollbracht, das dürfen wir dabei nicht rausnehmen. Ja, ja, absolut. Es ist alles erledigt, es ist alles vollbracht. Ich meine, die Kernaussage, eigentlich brauchen wir keine Dämonenaustreibung mehr, ist aus geistiger Perspektive absolut richtig. Aber die Welt ist wie sie ist. Es sind nun mal nicht alle geistig 100, also der Geist ist 100% perfekt, aber wenn man das Gesamtkonstrukt Körper, Seele, Geist betrachtet, dann sind wir einfach nicht perfekt. Sonst wäre auch niemand krank. Wenn man sagt, okay, dann bräuchte man auch nicht mehr für Kranke beten. Und Leute, die es schaffen, mit ihrem Geist absolut in die Seele und dann in den Körper überzuschwappen, nenne ich es mal, die sind auch nicht krank. Aber je mehr die Festplatte, die Seele, mit der Wahrheit Gottes, das im Geist schon ist, was ja aber nur passieren kann, wenn der Geist auch wächst. Absolut. Dann kann nämlich die Seele voll werden und der Körper auch. Und viele, viele, wir werden das hier bei uns schon beobachten, nicht werden, beobachten das schon. Wir beobachten das schon, ja. Dass die Leute, die früher nach vorne kamen, heute durch das Wort Gottes geheilt wurden und nicht mehr nach vorne gehen und für sich beten lassen. Das ist, glaube ich, auch ein Phänomen. Gut, bei Dämonen, das schneidet das nur so ein bisschen an, aber dieses Phänomen habe ich jetzt auch beobachtet über die letzten zwei Jahre. Wir haben fast nur noch neue Leute, die für Gebet nach vorne kommen, tatsächlich. Wenn es um Krankheit geht. Genau. Ja, ja, genau. Oder was auch immer. Also es ist ja allumfassend, wenn wir Gebet anbieten oder generell nach dem Gottesdienst dafür aufrufen, hey, wer möchte, kommt nach vorne. Es sind tatsächlich fast ausschließlich, ich sage nicht 100 Prozent, aber fast ausschließlich neue Leute. Weil unsere, kann ich sagen, Kerntruppe, unsere, ich sage, Gemeinde. Ich nenne es jetzt ganz bewusst nicht Mitglieder, aber die Gemeinde an sich, die Leute, die sich hier zu Hause fühlen, da gibt es ja auch einige, die schon sagen, hey, einfach nur, ich habe mich nicht getraut nach vorne, weil zum Beispiel, weil wir filmen oder was auch immer. Und die haben Heilung erlebt. Einfach nur, weil sie entschlossen in dieses Gebäude reingekommen ist. Das ist super interessant, wenn jemand kommt und sagt, hey, mir ist gerade was Heftiges passiert. Ich bin durch das Gebäude und ich habe gemerkt, wie etwas aus mir rausgegangen ist. Genau, haben wir schon erlebt. So, in diese Richtung sieht man einfach auch, dass das Zusammentreffen der Gläubigen, Heiligen, wie auch immer man sie nennt, sind Heilige, schon sehr, sehr wichtig ist. Vor allem dieses gemeinsames Anbeten. Das passiert am Sonntag. Am Sonntag passiert gemeinsames Anbeten, ein Impuls, Prophetie, Heilung, Taufe, all das. Aber das ist nur ein bisschen von dem, was eigentlich Jüngerschaft ist. Und da wir es jetzt Vollzeit machen, können wir ja, wir haben ja unterschiedliche Schulen. Unterschiedliche Module, die wir anbieten. Was wahrscheinlich auch noch mehr wird, gerade in diesem Bereich. Nehme ich an, wo Leute einfach sagen, okay, ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Und ich möchte einfach auch diese Festplatte lernen zu überschreiben. Mit dem Wort Gottes, ganz, ganz bewusst. Und hier muss man wirklich sagen, an dieser Stelle, das ist Zeit. Also du musst schon deine Zeit investieren. Absolut, absolut. Du musst es, also ich glaube, alles, was im Bereich Jüngerschaft geht, Mentoring, selbst wenn es nur, ich sage jetzt mal, eine Schule ist wie Grow Up, die alle zwei Wochen ist. Du musst Zeit investieren. Es gehört viel mehr dazu. Dass sich treffen, sich auszutauschen, das ist das eine. Es aber mit in den, einen Lifestyle daraus zu machen, mit in den Alltag zu nehmen. Es gibt ja auch bei sowas, man sollte Hausaufgaben machen. Das macht man für sich selber. Die Zeit muss man investieren. Man merkt sehr, sehr schnell, wer die Hausaufgaben macht und wer nicht. Denn der Wachstum und was passiert, siehst du einfach. Ohne, dass ich fragen würde, merke ich, wer macht die Hausaufgaben und wer macht sie nicht. Weil die Hausaufgaben, sage ich ja immer, sind nicht für mich. Ja, ja, ja. Die besser wachsen, das ist für dich. Absolut. Aber trotzdem habe ich die Verantwortung als Lehrer, sage ich jetzt mal, wenn ich die Lehreinheit bringe, den Leuten zu sagen, okay, es ist schon wichtig, dass ihr das macht, damit ihr geistlich reif wärt und wachsen könnt. Wir machen ja unsere Kinder auch nicht nur. Wir gehen nicht zu unseren Kindern, legen die Hand auf und sagen, morgen bist du 18. Wachs mal, wachs mal, wachs mal. Wir investieren Zeit in unsere Kinder. Ja. Und wie lange? 18 Jahre, mindestens. Ja. Das ist eine Menge, Menge Arbeit. Eine Sache, die, glaube ich, vielleicht für Zuhörer noch an dieser Stelle so Fragezeichen sein könnte, ist, ja, aber es ist ja alles vollbracht, die Dämonen sind alle besiegt. Sind sie auch, 100 Prozent. Genau. Ein Löwe, den ich an eine Kette packe, der kann mich nicht mehr fressen, aber der kann ziemlich laut brüllen und das kann einen ziemlich irritieren und erschrecken. Und das kann meine Handlung beeinflussen. Angst ist sowieso ein Tür. Ja, absolut. Und das heißt ja, der brüllende Löwe, der ist besiegt. Ein Löwe, der nicht brüllt, hast du gerade gesagt. Der schleicht sich gerade an. Der anschleichen und zupacken, ohne brüllen. Ja, absolut. Er brüllt nur, weil er nicht drankommt. Schlange, was macht eine Schlange? Genau das Gleiche. Eine Schlange zischt sich dran und kann dich halt verzaubern. Das ist ja auch ein Bild, was die Bibel nennt. Und noch als Engel des Lichts, was echt das Gefährlichste ist. Oh ja, haben wir schon einiges erlebt. Also das ist einfach so. Wir leben auf dieser Welt und die Welt ist nicht gut. Das ist einfach so. Das ist hier. Es ist einfach eine Tatsache. Das können wir nicht wegdenken, nur weil wir sagen, okay, es ist alles vollbracht. Wir sind ja sowieso, dass wir sagen, ja, es ist alles vollbracht. Hundert, zehn Prozent, das ist so. Aber das löst ja zum Beispiel gewisse, ich will es fast nicht sagen, gewisse Gesetzmäßigkeiten löst es nicht auf. Wo es was Gutes gibt, gibt es was Schlechtes. Ansonsten gäbe es das gut. Also es muss ja den Kontrast geben. Wo Licht ist, muss es auch Dunkelheit geben. Sonst hätte kein Effekt. Oder wir haben neulich über, es wird auch, glaube ich, ein sehr spannendes Thema werden, das Gesetz von Saat und Ernte. Oh, gefährliches Thema, aber wir werden drüber reden. Das ist einfach, das ist nicht aufgelöst. Das ist einfach so. Und deswegen reden wir ja auch, damit wir diese Themen anschneiden, darüber reden. Und hier wollen wir auch ein bisschen intensiver darüber reden. Ich nehme jetzt mal einfach ein Beispiel. Da sagt jemand, die Dämonen sind völlig besiegt. Yes. Hundert Prozent. Jetzt kommt aber die Schlange an, und das passiert bei sexuellen Sünden. So, jemand ist verheiratet, nehmen wir mal an, hat eine Frau, ich nehme jetzt einen Mann, weil ich ein Mann bin, hat eine Frau. Und jetzt kommt diese Schlange und zeigt dir eine andere Frau. Und das ist verzaubert, du verzaubert dich. Und irgendwann fällt diese Person und nimmt wirklich eine andere Frau nebenbei. So, was ist jetzt passiert. Er hat gesündigt und er hat eine Tür geöffnet. Absolut. Und ich kann garantieren, dass da dämonische Mächte, obwohl sie besiegt sind, die Tür aufbekommen haben. Weil er hat die Tür geöffnet. Er hat gesagt, kommt rein. Genau. Er hat die Tür geöffnet und hat das zugelassen. Und so oft sehen wir das hier. Diese Menschen kommen hier hin und sind dämonisch belastet. Absolut. Das ist ein simples Beispiel. Ich kann hingehen und ich kann, ich mache mal ein ganz praktisches Beispiel auf dem Land. Rattenplage. So, ich gehe jetzt hin und ich fange alle Ratten ein und sage, so, ihr seid alle besiegt, pack sie in den Käfig. Und ich mache die Tür auf. Ja, was wird passieren? Und du machst die Tür auf, weil, keine Ahnung, ein Engel des Lichts kam da hin und sagte, hey, die kriegen nicht Luft. Die sind doch besiegt. Die musst du doch nicht einsperren. Die bleiben alle heimlich in der Ecke sitzen. Die Realität ist, nein, tun sie nicht. Genau. So, das sind diese von dem, das ist ein Naturgesetz, von dem du gesprochen hast. Genau, das sind die Gesetze, die ich, also es ist meine persönliche Überzeugung, dass sie nicht, nicht aufgehoben sind, nicht außer Kraft gesetzt sind und trotzdem, es ist alles vollbracht, Wahrheit macht frei, absolut und ja, wir müssten keine Dämonen austreiben, wenn alle Menschen auf diesem Stand wären, die absolute Wahrheit hätten und perfekt gejüngert wären, dann wäre das überhaupt kein Problem. Dieses Problem herrscht ja einfach nur, weil wir es einfach nicht sind, wir sind Menschen. Ja, und vielleicht kann man hier noch ein krasser, ne, krasser würde ich jetzt nicht nennen, aber nochmal ein Beispiel nehmen ist, ich muss ja in diesem Körper leben, damit ich atmen kann. Genau. Ich bin ja aber schon versetzt in die himmlischen Welt. So. Warum atmest du noch? Genau. Warum isst du noch? So, weil ich, genau, warum esse ich, warum habe ich Hunger? Das sind alles, weil ich hier auf dieser Erde lebe. Genau. So, die Wahrheit ist, wir sind völlig frei, wem der Sohn frei macht, ist frei, wir sind versetzt in die himmlischen Welten, wir herrschen von da aus und trotzdem haben wir Fleisch. Und das Fleisch verändert sich nie. Aber mit dem Ziel, mit Jüngerschaft und Schulen, was zu wenig angeboten wird, viel zu wenig und das Ziel dieser ganzen Sache, auch das wir jetzt machen, ist ja, Väter ausbilden, Männer und Frauen, nennen sie immer Väter, weil sie Söhne sind, Väter ausbilden, die irgendwann selber Jüngerschaft übernehmen können, alleine zu Hause. Also, stell dir mal vor, jeder, der so weit ist, der nimmt einen anderen, der gerade zu Jesus gekommen ist und jüngert ihm ein Jahr lang. Oh, das fehlt so sehr. Das fehlt so sehr. Das Hauptproblem ist, glaube ich, dass das sehr, zu lange Zeit wurde das auf die Pastoren abgewälzt nach dem Motto, ja, okay, geht zur Kirche, da ist ein Pastor, der redet dann eine halbe Stunde pro Woche mit dir. Wie soll es möglich sein, das abzudecken? Absolut. Bei dem Bedarf alleine und bei der Notwendigkeit dafür. Das geht einfach nicht. Jesus sagte ja selber, schaut euch das Feld an. Es ist reif zur Ernte, aber es sind viel zu wenig Arbeiter. Genau, genau. Auch nochmal, das ist schon wieder das nächste Thema, wobei man sprechen kann, was er da genau gesagt hat. Die Ernte ist da reif. Es fehlt ein Arbeiter. Nicht betet für die Ernte oder was auch immer. Das ist ein anderes Thema. Ja, und da geht hin. Aber das zeigt aber auch wieder diese Väter, wenn wir bei diesem Bild bleiben. Die Ernte ist reif, die Leute sind da, aber es sind zu wenig Väter, die das übernehmen können. Und das ist ja auch eines, was wir hier viel anbieten und machen und wo es noch viel, viel, viel mehr werden wird. Aber nochmal, um bei dem Thema zu bleiben. Dämonen, ja, gibt es, sind besiegt. Absolut. Aber sie werden versuchen, irgendwie auf irgendeiner Weise einzuschleichen. Und wenn du nicht vollgepumpt bist mit dem Wort Gottes, das hört sich komisch an, ich würde lieber ein anderes Wort nehmen wollen. Aber ich sage es jetzt einfach mal so prompt dahin. Vollgepumpt mit dem Wort Gottes, das heißt vom Geist erwachsen werden, Seel ist vollgepumpt, Körper ist vollgepumpt. Wie sollst du dann wissen, wo du aufpassen sollst? Ja, ja, genau. Und manche nennen das dann, ja, ich höre den Heiligen Geist, aber sie hören den nicht. Sie hören eine andere Stimme. Ja, ich meine, er kommt wie ein Engel des Lichts, das bedeutet auch irgendwo, der wird sich in Gedanken einschleichen und er wird eine sehr ähnliche Stimme. Er wird täuschend echt sein. Ich meine, er hat viele tausend Jahre Erfahrung. Ich meine, Satan weiß, dass er besiegt ist und das Einzige, was er macht, er hat, so stelle ich mir das manchmal vor, eine riesengroße Fabrik, wo er die ganze Zeit nur darüber nachdenkt und forscht und macht, wie kann er Gott kopieren. Das heißt, er macht so eine ähnliche Geschichte, die sieht so ähnlich aus, dass du wirklich denkst, dass es echt ist. Das könnte sein, ja. Und dann vertauscht man echt mit nicht echt und andersrum, wenn man nicht erwachsen ist. So, was sagt das wieder? Ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass die Menschen, Christen, in die Reife kommen, weil dann werden sie auch erkennen, oh, der Dämon ist wirklich besiegt, sobald du diese Erkenntnis hast, natürlich, das Wort Gottes ist drin, zack, werden die ihre Sachen packen und gehen. Absolut. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben mir das so bestätigt, die haben gesagt, die sind zu uns gekommen, sagen, eigentlich wollte ich auch mal irgendwann zu euch, aber durch, ich habe einfach immer weiter gehört, immer weiter gehört, Bücher gelesen und so weiter und diese Dämonen sind gar nicht mehr da. Okay, jetzt haben wir, ich sage mal, viele Sachen angeschnitten, ganz tief reingehen können wir sowieso nicht. Die sind einfach mein Buch später. Das ist genau, super einfach. Aber eine Frage habe ich jetzt im Kopf, warum eigentlich das Ganze? So, es ist jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers, aber kann man nicht theoretisch sagen, okay, ich habe zwar einen Dämonen und dann habe ich den halt. Ich glaube an das vollbrachte Werk am Kreuz, das heißt, mein Name ist im Lebensbuch geschrieben, ich komme in den Himmel, kann mir doch egal sein, so ungefähr. Was sagst du dazu? Oder kann man überhaupt mit einem Dämonen in den Himmel? Klar. Begründung? Nein, weil dein Geist ist wie neu geboren und alle, die neu geboren sind, alle, wo der Name im Lebensbuch geschrieben steht, klar. So, das heißt, sie sind gerettet. Sie sind gerettet. Ich stelle die Fragen jetzt ganz bewusst so. Ja. Warum sollte man dann Dämonen austreiben? Ich meine, die sind doch schon gerettet. Warum die Mühe? Warum die Mühe? Das ist die richtige Frage. Damit du in deine Berufung kommst, wofür du berufen bist. Warum sind die Dämonen da drin? Damit sie dich hindern, von dem hinzukommen, damit du in deine Berufung kommst. Genau das glaube ich auch. Ich glaube, was wir alle unterschätzen als Christen ist, wenn wir wirklich dieses Level haben, von dem wir sprechen, was wir eigentlich alle haben sollten, was möglich wäre. Ja, da sind wir beim Punkt. Ich, also, du hast es auch immer wieder mal angesprochen, ne, mit den Tränen im Himmel. Warum gibt es da Tränen? Ähm, vielleicht, willst du es kurz sagen? Genau, da steht ja geschrieben, habe ich mir so viele Jahre die Frage gestellt. Und er wird abwischen alle Tränen und ich, ich frage mich die Frage. Moment mal, ich bin ja im Himmel, warum, das ist Herrlichkeit pur. Ja. Warum soll ich denn da weinen? Bis mir klar wurde, du wirst darüber weinen, was du hättest machen können auf dieser Erde, wofür du berufen warst, für den Herrn. Ja. Für den Meister. So, das heißt, vor Grundlegung der Welt steht etwas über jeden geschrieben. Ein gewisses Maß ist für dich gegeben. Und in diese Berufung, das nennen wir ja Plan A, auf Plan A, aber die meisten Menschen sind auf Plan C, Z, keine Ahnung, irgendwo. Und der Hauptfokus von Dämonen ist, dich abhalten. Sie können dich nicht mehr abhalten, dass du gerettet wirst. Weil du bist neugeboren. Ja. Aber sie können, du kannst natürlich von Gott weglaufen, wenn du selber entscheidest, von Gott weglaufen. Aber sie können dich nicht, da steht, niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Auch nicht Dämonen. Das heißt, sie können dich nicht beeinflussen, also sie können dich beeinflussen, dass du nicht in die Berufung kommst. Und ja, sie können dich auch beeinflussen, dass du von Gott komplett weggehst. Klar. Ich meine, der Mensch hat einen freien Willen. Genau. Jederzeit. Aber, sie können dich, der Hauptfokus ist, dass du bloß nicht auf Plan A kommst. Ja. Ja, ich würde die, das hätte ich tatsächlich genauso beantwortet. Und ich glaube, wir unterschätzen, was möglich ist. Ich glaube wirklich, dass wir absolut unterschätzen. Und deswegen, das um die Brücke zu schlagen, deswegen ist Jüngerschaft so wichtig. Einerseits natürlich, ich sage es mal, frei zu werden, um Richtung Plan A zu gehen. Aber dann muss man auch irgendwie auf Plan A gebracht werden. Und rausfinden, wie geht das? Man hat diese ganzen Altgewohnheiten. Wie kommt man da hin? Und ich glaube wirklich, dass das der Hauptfokus ist von Dämonen. Und das ist der Hauptfokus, warum wir Dämonen austreiben sollten. Genau. Schlicht und einfach, weil die Söhne auf Plan A gehören. Genau. Genau. Also das Fleisch kann sehr laut schreien. Die Dämonen können laut schreien. Die können dir alles mögliche erzählen. Und der Hauptfokus davon, von der Hölle, ich nenne es jetzt mal Hölle, Dämonen, Fleisch, was auch immer. Der Hauptfokus von der Hölle ist, hey, lass es einfach, das schaffst du nie. Lass es einfach. Und dann bist du die ganze Zeit damit beschäftigt, gegen Sünde zu kämpfen. Anstatt auf Plan A zu gehen. Ja, ja, ja. Und die Sünde bekommt eine Kraft, anstatt die Sünde, das ist ja eine Person, zu erkennen, was es ist und eine Entscheidung zu treffen, auf Plan A zu gehen. Und da sind wir genau, deswegen müssen die Dämonen raus, weg, aber dann in Jüngerschaft gehen. Deswegen, wenn ich heute auf der Straße bin und Menschen zu Jesus führe, was wir in der Horace School machen, sind wir da etwas vorsichtig, wenn es um Dämonen austreiben geht. Weil einfach nur, wir wollen sicher gehen, dass dieser Mensch auch bereit ist, einmal Jesus anzunehmen, aber auch einen weiteren Weg zu gehen. Genau. Mit uns oder mit anderen. Ja, ja. Weil sonst... Weil das ist der Punkt. Ich meine, es ist vollbracht. Der Mensch, wenn sich jemand zu Jesus bekehrt, er ist gerettet. Ja. So, das heißt, es liegt dann irgendwo in der Verantwortung, der ihn da hinbringt und sagt, okay, hier, du hast da einen Dämonen, den sollte man... Es liegt in der Verantwortung zu sagen, okay, wenn du nicht bereit bist, den Weg zu führen, wenn du sagst, hey, es ist alles vollbracht, ich muss nichts mehr machen, 100 Prozent, ich... Muss man ja auch nicht. Für den Fakt, gerettet zu sein, muss man gar nichts mehr machen. So ist es. Da ist alles schon 100 Prozent erfüllt. Aber wenn man weitergehen will, und die Frage ist auch, warum würde man nicht weitergehen wollen? Ja, die betreibt dich eigentlich an. Genau. Eigentlich ist es so angetrieben, weiterzugehen, auf Plan A, für den Meister erwachsen zu werden, dann muss man auch die Sorge tragen, dass wenn da Dämonen im Spiel sind, dass man da entsprechend Jüngerschaft betreibt. Ja, und da sind wir sehr offen für. Aber wir wollen auch an dieser Stelle einfach darüber reden, damit andere auch nachdenken, warum überhaupt. Ja. Dann gibt es noch einen anderen Punkt, den, glaube ich, würde ich gerne nochmal kurz hervorheben, das ist, dass manche Leute sind befreit worden und sind ständig, und da sind wir wieder bei Selbstmitleid, damit beschäftigt, ich glaube, ich habe noch was, ich glaube, ich habe noch einen Dämonen, ich glaube, ich habe noch... Und das geht ja ein, ja aus, ja ein, ja aus. Und diese Menschen sage ich manchmal, du brauchst einfach nur einen Arschtritt. Jetzt muss ich das piepen. Piep. Ja, es ist aber so. Und ich sage denen das auch so, direkt. Ich sage denen, das reicht, raus aus deinem, du hast keinen Dämonen mehr, ein Jüngerschaft. Das ist die Festplatte, die sich immer wieder meldet. Falsche Audio auf Replay gedrückt. Genau. Und natürlich werde ich das nicht leicht machen im ersten Moment. Ich werde auch warten. Aber wenn sie immer, 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 immer wieder kommen, dann passt irgendwas. Gar nicht. Oder sie leben ständig in Sünde weiter. Kann auch sein, ja. Genau. So, von daher, ein großes Thema. Hier haben wir es jetzt nur ganz kurz angeschnitten. Im Buch mache ich das sehr ausführlich ins Detail, ich gebe es ins Detail, werde auch eine Anleitung geben und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es war an dieser Stelle einfach wichtig, mal kurz... Wir haben es jetzt nur angeschnitten. Ich will nicht sagen, dass wir, also wir haben jetzt nicht alles abgedeckt. Es gibt noch, was wäre, wenn, aber. Und bei dem Szenario ist es aber nochmal anders. Und wenn man das von der Seite betrachtet, ja, das mit Sicherheit. Vielleicht nehmen wir das Thema nochmal auf. Aber wie du sagst, in dem Buch gehst du drauf ein. Du bist jetzt schon etwas länger bei Kapitel 10. Scheint ein kompliziertes Kapitel zu sein. Wie viele Kapitel gibt es insgesamt? 17. 17. Bis jetzt, könnte ich sagen. Bis jetzt, okay. Genau. Kommen vielleicht noch ein bisschen mehr dazu. Aber das wird dann schon. Also es wird ein Klopper. Es wird ein dickeres Buch. Ja, wie gesagt, also noch könnten wir viel darüber reden, aber ich glaube, es reicht für euch. Genau, genau. Also die Ursprungsthese, einmal Resümee gezogen, ja und nein. Ja. Und damit ist es beantwortet. Hätten wir in zehn Sekunden machen können. Und deswegen nennen wir das Kontraproversation. Ja. Wenn wir Spaß haben, vielleicht, wie gesagt, schmeißen wir es auch nochmal überhaufen. Irgendwie war die Namensfindung diesmal... Schwieriger. Ja, das ist interessant. Das haben wir normalerweise nicht. Vielleicht heißt das zweite Kontraproversation, das kann ich jetzt mal sagen. Und das dritte heißt anders und das vierte heißt noch anders, bis wir dann endlich den Namen bringen. Schauen wir mal. Ja, ja, genau. Wir gucken mal. Genau. Und beim nächsten Mal, ich glaube, geben wir das Thema Genossenschaft nochmal an. Sollten wir machen. Super interessant. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao. Ciao.